Ich habe gesagt, die sechste Zettel, die ist genau so wie das Wasser. Und so soll ich gesagt, es gibt dickere Kohlen, da muss es mehr reich werden. Aber die sechste Zettel, die dann auf dem Wasser runterkriegen, wenn es dann so durch ist, dann sechste es. So, dann nehmen wir die kleinsten Ecke am Anfang und langsam gleichmäßig runter und mitwitzen. So, ich mache es wieder, als ich gesagt zeigte. So, ich mache es wieder. So, ich mache es wieder. So, ich mache es wieder.